Ein Aufbäumen beim Dow Jones und wenn es nur ein winziges ist, gab es eben gerade zur Eröffnung, man sieht es hier im 15-Minuten-Chart, immerhin ging der Kurs hier ein bisschen nach oben. Das ist noch nicht wirklich der Burner, aber immerhin zumindest mal kein ganz schlechtes Zeichen, denn der Kurs hat ja wenigstens mal was nach oben versucht. Wenn wir das nochmal in das Gesamtbild hier einfügen, also was beim amerikanischen Markt im Moment hier im Dow Index hier passiert, dann sehen wir, da ist immer noch seitwärts mehr oder weniger angesagt, so richtig Stärke fehlt da noch. Und jetzt wird es spannend sein, ob die Marktteilnehmer sich vor dem Wochenende hier committen und auch wirklich die Position behalten wollen oder ob es dann gegen Ende der heutigen Handelssitzung dann doch wieder zu Gewinnmitnahmen kommt, denn wie sieht es aus? Will man Positionen über ein Wochenende aktuell behalten oder sagt man, ich bin froh, wenn ich das weg habe und das Risiko nicht noch über so eine lange Zeit dann behalten muss? Das wird die alles entscheidende Frage sein. Im Moment kann man noch keine echte Richtungsableitung hier vornehmen, denn wenn wir ehrlich sind, wir sind zwischen gut und böse, wobei das nicht unbedingt ein echter Einstiegstrigger hier ist. Das ist nur so, um mal ein bisschen die Range festzuhalten, in der sich der Markt ja aktuell befindet. Und wenn er hier drunter geht, hätten wir diese Kursüberschneidung, die klassische, was eben nicht besonders gut ist, wenn wir dann nach oben gehen, dann entfernen wir uns zumindest mal und dann wäre aus meiner Sicht auf der kleineren Zeitebene dann natürlich zu gucken, ob wir dann irgendwie so ein typisches Verlaufsmuster wiederbekommen und dann noch eben mal einzusteigen mit hoffentlich Zielen, die dann tatsächlich nach oben nochmal weisen und dann ja vielleicht auch die Allzeithochs hier nochmal rausnehmen. Das ist nicht vom Tisch, das ist immer noch möglich, aber im Moment ziert sich der Markt da leider noch sehr. Und das ist beim DAO nicht anders, der hat nämlich auch nicht, beim DAX, Entschuldigung, auch nicht anders, denn der hat nicht wirklich Lust heute. Wir sehen, das ist die Bewegung so der letzten zwei Tage, also gestern und heute. Und da sehen wir noch nichts gekonnt, das Ganze. Nachdem wir hier so ein bisschen aufwärts gegappt hatten gestern, hat der Markt eigentlich gesagt, ach komm, da ruhen wir uns auf den Lorbeeren mal aus. Das theoretisch mindestens mal wäre ja noch ein bisschen Platz. Wie verlässlich diese Marken als Magnet, also als Hochsauger dienen, das ist tatsächlich fraglich. Das wäre aber immerhin die nächste bei 12.950 Pi mal Daumen plus minus ein bisschen. Also da hätten wir noch Platz. Aber vorsichtig, solche Marken, die sind nur indikativ, wo Leute hingucken, sollen wir Gewinne mitnehmen oder nicht. Das ist keine Aussage, da liegen Linien, da muss der Markt noch hin. Und das wäre zu schön, dann würde ich den ganzen Tag nur Linien zeichnen und wüsste, wohin der Markt dann schon geht. Also so einfach ist es nicht. Aber wenn der Markt bis da hinkommt, da sollte man dann wieder genau hingucken, ob der Markt dann doch wieder so eine Schwäche macht oder irgendwann wieder sowas, was wir hier haben, also was dann die Stärke zeigt und sagt, okay, diese Aufwärtsbewegung ist tatsächlich jetzt um. Der Goldpreis, der zeigt schon, dass der Markt in einer gewissen Gefahr ist, während sich der eigentliche Aktienmarkt nicht wirklich bewegt, sagt Gold, aber wir können aber schon oder noch oder wie auch immer. Also das ist eine echte Schubbewegung nach oben. Es ist noch nichts Wirkliches, was deutlich ist, getriggert auf Tagesbasis. Das liegt ja noch ungefähr bei 1535 in etwa hier dem Zwischenhoch, was wir im September hier hatten. Das würde sicherlich nochmal den einen oder anderen da auch nochmal befeuern. Im Kleinen allerdings kann man schon sehen, die Schubrichtung, die wir hier hatten und das Wackelige, was wir hier haben, das löst sich jetzt so ein bisschen nach oben auf. Ich persönlich habe hier jetzt keine Longposition, weil mir dieses Gewackel vorher nicht gefällt. Da kann man sagen, ja selber Schuld bohren, wenn du es nicht hinkriegst, aber das ist nicht jetzt unser Stil. Trotz alledem, das kann sich ja jederzeit auch im Laufe des heutigen Tages nochmal verbessern. Na, nicht unbedingt so, sondern wenn der Kurs eben ein bisschen wackelig hier mal runterkommt, Trendkanalmäßig, ABC, irgendwie sowas in Richtung Korrektiv, dann hätte man ja genügend Anlass dann zu sagen, hey cool, dann machen wir doch das. Insbesondere, wenn das dann einhergeht mit der Aktienbörse. Aber das muss es nicht unbedingt. Dass das Ganze nicht zwingend eine Bewegung ist, die sich jetzt auf den US-Dollar bezieht, sondern wirklich auf das Gold, das kann man sehen, wenn man im Gegenzug hier den Euro sich mal anguckt, denn der Euro gegen den US-Dollar, der fällt aktuell. Was ich ebenfalls gar nicht schlimm finde, wir hatten mehrmals schon darüber gesprochen, dass wir eine realistische Chance haben, dass der Kurs jetzt endlich mal hier die Schleusen nach oben hin aufmacht. Super, toller Schub nach oben. Die Zählweise ist fragwürdig. Man kann sich das zu Recht lügen über das Stichwort Leading der Jörgene. Das ist aber immer so ein bisschen so eine Geschichte. Allerdings was anderes fällt hier auch kaum auf. Oder ein, wenn man hier irgendwie was zählen will. Muss man aber nicht. Wer zählfaul ist oder sowieso nichts von den Zahlen hält, der muss das nicht tun. Der kann sich aber natürlich weiterhin daran orientieren, in welche Richtung die Schübe sind. Und das sehen wir nun mal deutlich. Hoch ist immer steil, wackelig, runter. Hoch, steil, wackelig, runter. Hoch, steil, wackelig, runter. Man hat das Prinzip schnell im Griff. Relativ steil, wackelig, runter. Relativ steil, wackelig, runter. Also das Prinzip ist im Kleinen wie im Großen gleich. Und immer dann, wenn der Kurs dann mal irgendwelche Zwischenmarken nach oben wieder toppt, dann kann man sagen, ich probiere es halt einfach mal. Was soll da schon schief gehen? Wir sind mit dem Trend, wenn wir nach oben gehen. Und die Abwärtsrichtung, die wir hier jetzt in diesem letzten Trendende hier jetzt haben, im 15-Minuten-Chart, die ist ja insgesamt gesehen nicht wirklich überzeugend. Im ganz Kleinen, wer jetzt sehr klein unterwegs sein mag, der kann natürlich sagen, pappelapapp, da bewege ich mich nochmal auf der Short-Seite. Aber wie gesagt, das ist dann wieder eine klassische Bewegung auf der ganz kleinen Zeitebene. Traden kann also Spaß machen. Wollen wir mal hoffen, dass wir dazwischendurch die richtige Richtung noch erwischen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie heute noch viel Spaß haben, dass Sie auf der richtigen Seite liegen. Anschließend wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Und nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank.